One Man, One Passion, One Desire. Als Beispielbild habe ich mal Gruppe 8 jetzt genommen. Wir haben insgesamt 8 Gruppen. Es machen also in jeder Gruppe 16 Leute mit. Das heißt 8 mal 16. Das sind 120 oder so ähnlich Leute. Na ja, es sind ganz viele Leute, die mitmachen. Rechenkünste sind für den Arsch. Oh mein Gott. Und jetzt hier als Beispiel sehen wir zum Beispiel Gruppe 8. Die ersten Spiele stehen ja da quasi mit den Namen. Also auf der linken Seite sehen wir zum Beispiel, dass der Metal Bomber gegen Narcron antritt im ersten Spiel. Genauso tritt im ersten Spiel auch, jetzt gucken wir auf die rechte Seite, ganz unten der Darklight 42-42 gegen den EQM Eureka an. Das sind also die ersten Spiele. Die finden alle Zeiten gleich statt. Das heißt nicht, dass ihr warten müsst, irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel Freak Joe dran ist, dass er denkt so, oh, erst muss Metal Bomber spielen, dann Narcron, irgendwann bin ich dran. Nein. Alle Namen, die untereinander stehen, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, spielen gleichzeitig. Danach kommen dann die Spiele von den Gewinnern daraus. Und der Gewinner dann daraus ist der Sieger der Gruppe 8. Das sehen wir ja in der Mitte. Ich hoffe, das ist leicht verständlich. Also ich habe die Grafiken alle selber erstellt. Alles per Hand. Alles so Wurschtel, Popurschtel, Murstel. Ähm, ja. Und dann diese Sieger aller Gruppen treffen sich im Finale wieder. Da sehen wir dann, dass der Sieger der Gruppe 1 gegen den Sieger der Gruppe 2 spielt. Ebenso spielt gleichzeitig der Sieger der Gruppe 3 gegen den Sieger der Gruppe 4 und gleichzeitig der Sieger der Gruppe 5 gegen den Sieger der Gruppe 6 und gleichzeitig der Sieger der Gruppe 7 gegen den Sieger der Gruppe 8. Danach spielt dann der Gewinner jeweils gegen den Sieger davor. als wenn jetzt Sieger der Gruppe 2 gewinnen würde. Ähm, wenn der, ja doch, wenn der Sieger der Gruppe 2 gewinnen würde und unten würde der Sieger der Gruppe 4 gewinnen, dann müsste Sieger der Gruppe 2 gegen Sieger der Gruppe 4 kämpfen. So, und dann ermittelt sich daraus, dass dann zum Beispiel Sieger der Gruppe 2 gewinnt und der muss dann antreten gegen den Sieger aus der rechten Seite. Und dann haben wir den Gewinner. So, ich hoffe, das ist irgendwie verständlich. Das ist zumindest das System, was für mich am einleuchtesten, und auch am leichtesten zu verstehen ist. So, jetzt die wichtigsten Infos erstmal vorweg. Morgen, das heißt Freitag, Freitag, den 2.9. findet das 1 gegen 1 Turnier also statt. Diese Gruppenaufteilung habe ich euch gerade erklärt. Alle Gruppen, also alle Leute, die mitmachen, findet ihr unten unter diesem Video in der Beschreibung zum Download. Als, ich glaube, es sind normale Image-Dateien. Es müssten, glaube ich, normale Image-Dateien sein, die man mit jedem Pups-Programm aufmachen kann. Diese Sachen bitte ich alle, also alle Leute, die mitmachen bei dem Turnier, laden sich bitte alle Gruppen runter und vor allem auch die Regeln. Aber erstmal zu den Gruppen. Weil ihr wisst ja nicht, wo ihr steht. So viel Zeit habe ich jetzt auch wirklich nicht. Es würde nochmal eine Stunde dauern, irgendwie das jeden persönlich nochmal anzuschreiben. Ihr ladet euch bitte alle Gruppen runter und guckt, wo ihr steht. Leute, die nicht dabei sind, die sich aber trotzdem angemeldet haben, bitte ich zu entschuldigen. Entweder lag es daran, dass ihr euren Namen nicht reingeschrieben hattet, also euren Beschwörernamen in die Mail, oder dass ihr euch zu spät angemeldet hattet, oder ich musste leider drei Leute rauswerfen, das tut mir sehr leid, damit diese Gruppenaufteilung überhaupt aufgeht. Ja, seid mir deswegen nicht böse, falls euer Name nicht dabei steht und ihr unbedingt mitspielen wolltet, es tut mir leid. Es sind jetzt weit über 100 Leute. Ich habe so viel getan, wie ich kann, damit überhaupt so viele wie möglich teilnehmen können. So, jetzt zu den Regeln. Die Regeln, ich lese sie im Einzelnen vor und erkläre es dazu. Genau, ich muss sagen, erstmal wann das Turnier startet. Das Turnier startet, das ist das Wichtigste, steht nicht bei den Regeln. Das Turnier startet um 16 Uhr. Um 16 Uhr beginnt, beginnt, beginnt der erste, die erste Runde quasi. Das heißt, dass alle aus Gruppe 1, alle aus Gruppe 2, alle aus Gruppe 3, blablabla, bis Gruppe 8, dass alle Leute anfangen da zu spielen. So, die Regeln. 1 gegen 1 Regeln. Draft Mode. Das heißt, es dürfen Champions gebannt werden. Vor allem bei 1 gegen 1 ist es sehr wichtig, weil, also jeder darf zwei Champions bannen, weil es gibt echt Champions, die sind im One-on-One over deadly. So, die Karte, auf der gespielt wird, ist Summoner's Rift. Das ist die 5 gegen 5 Karte für all die Leute, die noch nicht so lange LOL spielen, weil es machen auch einige mit, die sind nicht Level 30. Es wird Lane, Midlane. Das heißt, es darf nur auf der Midlane gekämpft werden. Das heißt, besser gesagt, ihr geht nur auf die Midlane. Ihr geht nicht auf irgendeine andere Lane. Ihr geht nur auf die Mittel. So, also da, wo die Tower in der Mitte sich treffen. Ihr geht nicht auf die Top-Lane. Ihr geht nicht auf die Bot-Lane. Ihr trefft euch nicht im Dschungel. Ihr trefft euch nicht beim Baron. Ihr trefft euch nicht in der gegnerischen Base gleich am Anfang. Nein, nur das. So. Der Summoner's Bell Fortify ist verboten. Diesen Summoner's Bell darf keiner nicht mal dabei haben. Wer ihn schon dabei hat, wird sofort disqualifiziert. Und dann hat der andere halt gewonnen, automatisch. Ähm, die Dschungel Creeps inklusive der Summoner's Bell Smite sind erlaubt. Alle. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Drachen machen. Ihr müsst dabei allerdings bedenken, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel den Drachen... Oder sagen wir, ihr wollt den Red Buff machen, weil Red Buff ist ein cooler Buff beim One gegen One, wenn man ihn hätte. Wenn ihr jetzt den Red Buff machen wollt, müsst ihr bedenken, dass der Gegner in der Zeit euren Tower attackieren könnte. Und wenn der Tower fällt, also sobald ein Tower fällt, der in der Mitte, habt ihr verloren. Ja, genau so andersrum. Also, wer einen Tower zerstört hat, gewonnen. Wer einen Mittel-Tower von sich zerstören lässt, hat verloren. So. Ähm, Gewinner ist der, wer zuerst drei Kills hat. Ich betone, zuerst, wer zuerst drei Kills hat. Oder wer zuerst den Midlane Tower zerstört hat. Warum ich so zuerst betone bei drei Kills, nehmen wir mal an. Es wird nicht passieren, aber nehmen wir mal an, es gibt ein Draw. Das heißt, ihr kämpft und kämpft und es steht irgendwann auf einmal zwei gegen... äh, zwei zu zwei. Das heißt, ihr habt zwei Kills, der Gegner hat zwei Kills. Ihr habt nur noch 50 HP, der Gegner hat noch 100 HP. Und ihr denkt euch, scheiß drauf, alles oder nix. Ihr flasht euch ran, ihr packt Ignite auf den Gegner, ihr zündet eure, was weiß ich, jetzt sagen wir mal Kessitin. Ihr schmeißt euren Q auf den Gegner, aber im selben Moment tötet euch der Gegner. Aber euer Ignite tickt halt noch durch. So, der Gegner hat euch aber zuerst getötet, weil ihr tötet den Gegner erst mit Ignite danach. Das heißt, der Gegner hätte gewonnen in dem Fall, weil er euch zuerst getötet hat. So, äh, der Gewinner jeder Runde, egal welches Spiel, egal wie, ist aufgefordert, einen Screenshot von diesem Endscreen zu machen. Das heißt, da, wo die Statistiken stehen, dass ihr gewonnen habt. Nicht dieses Victory-Zeichen, groß im Bild, sondern da, wo dann steht die ganze Auflistung. Wie viel Gold ihr bekommen habt, wie viel Kills ihr habt, wie viel Unterstützung. Was für Items ihr und ihr Gegner euch sich gekauft hat. Da, wo man nochmal chatten kann halt am Ende. Ich weiß nicht, wie dieses Fenster heißt. Ich hab keine Ahnung. Davon einen Screenshot machen. Wie ihr einen Screenshot macht, steht in den Regeln. Ansonsten empfehle ich das Programm Push. Push ist ein tolles Programm. Googelt nach dem Programm Push. Besser gesagt, P-U-U-Punkt-S-H. Das ist ein sehr gutes Programm. Damit kann man super Screenshots machen. Dieses Bild speichert ihr irgendwie. Ihr müsst es auf jeden Fall machen. Ladet oder lädt es irgendwo hoch. Auf eine Seite eurer Wahl könnt ihr es hochladen. Außer Facebook. Weil auf viele Facebook-Profile kann man nicht zugreifen. Dort ladet ihr es hoch und schickt mir, ich bin der Funk Royale, eine YouTube-PN mit dem Link und eurem Summoner-Beschwörernamen. Ganz wichtig, dass ihr gewonnen habt. So. Oder verloren. Je nachdem. Nein. Also die Gewinner. Die Gewinner sind wirklich dazu aufgefordert, das zu machen. Weil ansonsten kann ich euren Sieg nicht akzeptieren. Das ist wichtig. Verdammt nochmal. Das ist wichtig. Nicht, dass es dann morgen im Stream heißt. Davon wusste ich nichts. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. So. Weiter geht's. Die erste Runde aller Gruppen beginnt um 16 Uhr. Wie gesagt. Um 16 Uhr geht es los. Punkt 16 Uhr fangen wir an. Und erst wenn alle Spiele der ersten Runde beendet sind. Das heißt, ich glaube so eine halbe Stunde. Ich schätze maximal eine halbe Stunde dauert jedes Spiel. Also jedes Gruppenspiel. Dann geht's weiter. Beginnen die Spiele der zweiten Runde. Ich erkläre nochmal, was ich mit erste Runde und zweite Runde meine. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Gruppe 8 nochmal gucken. Dann ist alle Namen, die halt untereinander stehen. Sowohl links als auch rechts ist Spiel Nummer 1. Oder warte. Die Runde, genau. Runde Nummer 1. Ich muss nochmal nachgucken. Ist Runde Nummer 1. Die Gewinner dann davon, die dann gegeneinander antreten. Wie hier diese Pfeile schön deutlich markieren. Ist dann Runde Nummer 2. Bis dann Runde Nummer 3. Da wo dann ermittelt wird, wer in Runde Nummer 4 spielt. Und nach Runde Nummer 4 haben wir die Gewinner der jeweiligen Gruppe. So. Und dann geht's halt weiter. Dann haben wir hier. Ja. Also generell wird aber empfohlen, nebenbei den Streamen anzuhaben. Dass ihr mich halt hört. Manchmal nebenbei. Wer jetzt wirklich eine schlechte Internetleitung hat und bei wem das Spiel zu sehr leckt, der kann den Stream ausmachen. Aber ansonsten. Weil es können sich immer wieder. Ich bin jetzt auch nicht der Gott in LOL. Und ich mache gerade mein aller allererstes Turnier. Es werden sich tausend Fehler einschleichen. Ich werde tausend Sachen falsch machen. Das ist mir bewusst. Ich werde vor allem mit viel Flame rechnen dürfen. Also dass viele Leute meckern. Das ist mir auch bewusst. Aber das ist okay. Nach zweieinhalb Jahren YouTube steht man da drüber. So. Ähm. Ansonsten. Wie gesagt. Habt den Stream nebenbei an. Weil Regeländerungen sind vorbehalten. Ich kann auf einmal. Kommt mir ein Gedankenblitz. Oder irgendjemand erinnert mich an was. Und dann sage ich. Oh. Das ist auch noch wichtig. Im Stream auf einmal. Und deswegen. Stream immer anhaben dabei. So. Ansonsten. Was auch noch wichtig ist. Sehr wichtig sogar. Wenn ihr jetzt zum Beispiel. Ihr seid in Gruppe Nummer 8 beispielsweise. Und ich bin jetzt. Äh. Sagen wir zum Beispiel Freak Joe. Und ich möchte gerne antreten gegen den Crystal. Der ja unter mir steht. Gegen den ich antreten muss. Ähm. Aber der Crystal ist gar nicht da. Der meldet sich einfach nicht. Dann schreibt mir. Umgehend. Umgehend. Auf YouTube eine PN. Der Betreff. Bitte. Den Betreff. Bitte. Unbedingt. Folgendermaßen nennen. L. O. L. Also großes L. Kleines O. Großes L. Binde Strich. Abwesenheit. Das ist der Betreff. Und da schreibt ihr dann rein. Hallo. Mein Summoner Name. Freak Joe. Ich müsste jetzt antreten gegen Crystal. Crystal meldet sich nicht. So. Ich werde alle 5 Minuten. Alle 8 Minuten. Alle 10 Minuten. So in dem Dreh. Zwischen 5 und 10 Minuten. Werde ich immer wieder in mein YouTube Postfach gucken. Und ob da so eine Nachricht vorhanden ist. Damit ich dann. Gegebenenfalls. In League of Legends. Denjenigen anschreiben kann. Ansonsten probiert bitte selber. Diese Person anzuschreiben. Das hier sind alles die Summoner Names. Überall. In jeder Gruppe stehen die Summoner Names. So da. Wie sie auch im Spiel dann sind. Und ich hoffe alles Wichtige ist geklärt. Ich habe keine Ahnung wie lange der Stream morgen geht. Ich habe keine Ahnung was da überhaupt rauskommt. So. Nochmal jetzt. Jetzt aber am Ende. Ähm. Beim Finale. Der Gewinner. Der Gewinner bekommt wie gesagt. Einen von mir selbst ausgesuchten Gegenstand aus dem Spreadshirtjob. Jetzt kein irgendwie ein Button oder so. Nein. Das ist schon was zum Anziehen dann. Wo ich ihn auch noch fragen möchte. Was willst du lieber haben? Willst du lieber das? Willst du lieber das? Oder willst du lieber das? Ähm. So. Das bekommt der Gewinner. Der zweite Platz und der dritte Platz bekommen entweder jeweils ein Humble Bundle 3 oder jeweils ein Nasus Skin Riot. Dingsbums plus inklusive Nasus. Das überlege ich mir noch oder ich frage euch was euch lieber wäre. Je nachdem. Gut. Ich hoffe alles Wichtige ist gesagt. Wenn nicht. Ich kann. Ich bin wie gesagt menschlich. Ich bin keine Funkmaschine. Genau. Ich bin keine Funkmaschine. Ich kann Fehler machen. Wenn mir jetzt irgendwas. Wenn ich irgendwas vergessen habe. Dann tut es mir leid. Erinnert mich bitte irgendwie daran. Probiert mir noch eine Nachricht zukommen zu lassen unter dem Video. Ich werde alle Kommentare lesen. Falls ich was vergessen haben sollte. Ja. Wie gesagt. Das 2 gegen 2 Turnier findet nächste Woche Samstag statt. Nicht diese Woche Samstag. Ich weiß nicht wer das in den Raum geworfen hat. Anscheinend ich selber. Nächste Woche Samstag ist das 2 gegen 2 Turnier. Morgen ist das 1 gegen 1 Turnier. 16 Uhr Start. Ich wünsche euch viel Spaß. Entschuldigung dass ich gerade so fertig klinge und nicht so funky popunky wie sonst. Aber ich habe gerade 4,5 bis 5 Stunden Arbeit wegen dem LOL Turnier hinter mir. Und ich bin einfach nur noch gerade kaputt. Und ich kann meinen Bildschirm gerade nicht mehr sehen. Also zumindest diese ganzen Bearbeitungsprogramme und bleh. Egal. Ich wünsche euch viel... Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe euch lieb. Wir sehen uns morgen beim Turnier. Ich freue mich sehr drauf. Der Link zum Turnier und das alles folgt nochmal morgen in einem extra Video. Bis dann Leute. Tschüss. Over and out. Nochmal ich ganz wichtig zum Abschluss, was ich vergessen hatte hinzuzufügen. Ihr seid selber dafür verantwortlich, dass diese Spiele überhaupt starten. Also außer in den Spielen, wo ich dabei bin, die ich dann halt live streamen werde. Dieses Spiel werde ich erstellen. Ansonsten müsst ihr die Spiele erstellen. Das heißt, ihr seht ja selber in der Liste gegen wen ihr antretet. Und denjenigen schreibt ihr dann an im Spiel, also in LOL. Oder ihr fügt ihn in eurer Freundesliste hinzu. Eröffnet dann selber ein Spiel, ladet ihn ein und halt alles nach den vorgegebenen Regeln. Das heißt, Summoner's Rift. Am besten nicht Autumn. Also nicht diese scheiß dumme Herbstmap, sondern die Sommermap. Und ja. Das heißt nur 5 gegen 5. Ansonsten, wenn weitere Regelverstöße irgendwie auftreten sollten, falls der Gegner Fortify dabei hat. Oder falls er hackt, kann ja auch passieren. Mir sofort eine PN schreiben. Wie gesagt, ich gucke alle 5 bis 10 Minuten in mein Postfach rein. Ansonsten halt die Spiele selber aufmachen, selber beginnen, selber spielen, selber gewinnen, schräg, schräg verlieren. Und dann halt den Screenshot nicht vergessen. Und dann warten, bis Runde 2 beginnt und euch der Gegner zugewiesen wird. Richtig. So, das war's jetzt endlich von mir. Over and out. Knutigut. Over and out.